Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich präsentiere euch einen alten Videospielklassiker aus dem Jahr 1988 mit dem Titel Carrier Command. Es ist ein Strategiesimulator. Es lief auf dem Atari ST, Amiga 500, C64 auch, aber da nur in 3D, äh in 2D, sorry. Und es war seinerzeit weit voraus, dieses Spiel. Ich hab's als Kind gerne gespielt. Ich will's jetzt nochmal wissen. Ich werde es auf dem PC auf dem Emulator abspielen und aufnehmen und kommentieren. Der Sinn des Spiels ist, also wie der Name schon sagt, man befädigt einen Flugzeugträger. Und es ist eine riesengroße Karte mit ganz vielen kleinen Inseln, wo man strategische Vorposten errichten kann, ähm, neue Materialien fördern kann, sein Schiff wieder auftanken kann. Der Gegner besitzt allerdings auch einen Flugzeugträger. Der macht natürlich tatsächlich das Gleiche. Das Ziel des Spiels ist, den ausfindig zu machen und ihn zu zerstören. Das ist manchmal sehr komplex und es ist auch manchmal sehr zeitintensiv. Aber ich kann das sehr schnell. Fangen wir an. So, das ist der Carrier. Es gibt zwei Modis, also Strategiespiel und Actionspiel. Wir nehmen das Actionspiel. Die Unterschiede bestehen darin, dass, das sind die Inseln, die roten Inseln gehören bereits den Gegner, die blauen gehören mir, die grünen sind neutral. Im Strategie-Modus ist erstmal alles neutral. Und der Gegner fängt rechts oben in der Ecke an und ich gegenüber links unten. Und man muss erstmal die Inseln erobern. Das sind strategische Vorposten, wo man Rohstoffe fördern kann, Verbrauchsmaterialien fördern kann oder eine stärkere Verteidigung aufbauen kann. Ich starte direkt von der feindlichen Insel und die werden wir jetzt erstmal neutralisieren. Das machen wir mit diesen sogenannten Manta-Fliegern oder Drohnen. Paketen und auf Automatik aus, auf Manuellsteuerung im Radar. Die werden das Hauptgebäude zerstören. Die Drohnen können wir einfach durchfliegen. Das sieht gut aus. Jetzt wo das Hauptgebäude zerstört ist, sieht man auch, wie sich die Gebäude langsam abbauen des Gegners. Die feindlichen Drohnen sind noch aktiv, aber mit denen werde ich mich jetzt nicht bekämpfen. Ich fliege direkt zurück zu meinem Träger. Wie man sieht, mit voller Geschwindigkeit kann man die leicht durchfliegen. Die Insel ist neutralisiert, also grün, ja. Jetzt werden wir... Warum ich jetzt Marschflugkörper hier reinsetze, erzähle ich später. Gebäude. Ressourcen? Nein. Die Fans, ja. Dann hätten wir noch im Angebot in der Fabrik. Aber wie gesagt... Aber wie gesagt, ähm... Wir befinden uns hier im Action-Modus. Wir haben schon relativ viele Rohstoffe. Und wir wollen jetzt damit den Gegner so schnell wie es geht zerstören. Programmiere ich mal den Kurs hierhin. Mit Automatik. Gut. Mal die Bordkauer nun ertesten. Ah, sieht cool aus. So. Mein Luftkissenboot. Walrus 1. Erreicht den Strand. Und jetzt werden wir dieses Pott abwerfen. Das ist, glaube ich, hier. Ja, wirkt Spiegel. Okay, hier baut sich das Ding langsam auf. Sobald das fertig aufgebaut ist, sollte die Insel mir gehören. Da ist mein Träger, ja. Mein Carrier. Ah, ne, Quatsch. Da wollte ich auf der Insel lassen. Da komme ich auch dazu, warum ich die Langstreckenraketen hier reingemacht habe. Wir fahren mal hierhin. Programmiert. Autopilot einschalten. So, und wir entfernen uns mit dem Flugzeugträger von dieser Insel. Okay, jetzt ist das meine Insel. Ich fahr mal hier so ungefähr hin. Ich darf nicht zu weit wegfahren, weil sonst die Fernsteuerung versagt zu meinem Thron. Autopilot. Gut, das Ding ist folgendes. Der Gegner muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und bei der nächsten Situation, ich kriege hier immer Nachrichten. Und hier. Sobald der Gegner irgendwas macht, eine Insel erobert, irgendeine Aktion startet, sollte ich benachrichtigt werden. Und dann weiß ich ja, von wo er kommt. Aber da er hier in der Nähe ist und die Insel, die ich jetzt erobert habe, ist es gut möglich, dass er auf jeden Fall hier wieder angreift. Er ist sehr scheu, muss ich dazu sagen. Und er ist schneller als alle meine Drohnen und sogar meine Raketen und Marschflugkörper. Das ist wahrscheinlich extra so programmiert worden, damit die Schwierigkeit herausfordernd ist. Man soll das Spiel nicht mit Leichtigkeit in kurzer Zeit durchspielen. Was wir jetzt versuchen zu ändern. Ich vermute mal, er kommt von hier, von den gegnerischen Inseln, also fahren wir hier mal so hin. Ja, so, er darf mich halt nicht sehen, das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, inwiefern der jetzt Angst vor meiner Drohne hat, aber sobald er bei der Insel ist, greife ich ihn dann an mit meinen Langstreckenraketen. Aber es wird nicht reichen. Dafür werde ich jetzt meine Manta-Drohnen vorbereiten. Isolus ist ein nauer Enemy Island. Er hat gerade eine Insel erobert. Ich glaube, die war das. Jo, Isolus. Das heißt, er ist hier, der Gegner, gut. Dann kann es gut sein, dass er jetzt hierher kommt. Er kann auch hier unten auf die Insel kommen. Er geht sehr systematisch vor. Also entweder hier oben oder hier unten wird er angreifen. Ich hoffe mal, dass er hier oben angreift. Und dass sich mein Träger schnell von der Position wegbewegt. In der Zeit brauche ich meine Manta-Drohnen auf. Mehr Raketen gehen nicht. Es muss ausbalanciert sein. Und das Gewicht ist auch begrenzt. Obwohl die Raketen scheinbar sehr leicht sind. Streubomben sind kompliziert. Man kann nur intuitiv zielen. Und ich finde, die Durchschlagskraft ist nicht sehr stark. Also es lohnt sich vielleicht mehr, sieben Raketen aufs Ziel zu feuern. So, alle fertig. Ich werde sie schon mal einprogrammieren, wo sie hinfliegen sollen. Wenn es losgeht. So, Manta 1 hierhin. Manta 2 hierhin. Manta 3 hierhin. Ich kann maximal drei Stück befehligen. Übers... äh, vier Stück können maximal in der Luft sein. Dann habe ich noch vier Überverbrauchsmaterialien. Aber da habe ich ja jetzt genug drin. Das ist meine Manta-Flieger dann hier. Also wenn die zerstört werden, kann ich die alle noch jeweils einmal ersetzen. Und so andere Sachen. Das sind Streibstoff des Carriers und der Drohnen. Und Marschflugkörper und so weiter. Aber wir wollen ja hiermit das schaffen. Status meines Trägers. Der Kegner ist so ähnlich aufgebaut. Ich will versuchen, möglichst hinten dran zu kommen und seine Antriebssysteme zu zerstören oder zu beschädigen. Dass er mir nicht mehr davonfahren kann. Damit ich ihn ordentlich bearbeiten kann. Dann könnte ich vielleicht sogar mit meinem Träger in seine Nähe fahren und die Laserwaffen einsetzen. Also die Bordkanone. Was das aber immer für eine Waffe darstellen soll. Laser, jo. Okay. Den ersten Flieger schicke ich schon mal raus. Gut. Umgleichweite ist noch in Ordnung. Sonst wäre hier Schnee. Ich habe das miese Gefühl, dass er möglicherweise die Insel hier unten angreifen wird. Ach, da geht er dann nicht so weit. Aber ich werde ja benachrichtigt. Also wenn er hier ist, dann müsste ich ihn sehen. Ich habe hier auch nochmal eine Verteidigung. Ich habe extra nochmal auf verstärkte Verteidigung gesetzt bei dieser Insel. Oh, da ist doch was hinten, oder? Raketen aktivieren. Was ist das da hinten? Ne, das war nichts. Ja, billige Grafik, aber für das Jahr 1988. 3D-Darstellung mit diesen ganzen Strategieoptionen ist das schon ein Klassiker, würde ich sagen. Das hier sind Flares, wahrscheinlich um Marschflugkörper abzuwehren. Die fliegen eigentlich nur über mein Schiff und werfen wiederum Geschosse ab. Das hier sind so eine Art Min-Drohnen, okay. Das ist eine Defensivwaffe, die kann ich in verschiedenen Formationen um mein Schiff positionieren. Das brauchen wir auch nicht, weil wir hier offensiv sein wollen. Ich fahre mal weiter weg von der Insel, weil ich konnte dann... Wie gesagt, er kann viel schneller manövrieren und er fährt extrem schnell. Also, es ist sehr herausfordernd. 3D-Darstellung mit dem Fahrzeug zu fahren. Ich werde, wie gesagt, benachrichtigt. Ich würde das auch auf dem Radarschirm hier sehen, wenn feindliche Drohnen die Insel angreifen. Dieses Vulkan-ähnliche Gebäude, da kommen dann meine automatischen, kampffähigen Flugdrohnen raus. Die kann ich natürlich nicht verwalten. Die sollten hier extra verstärkt sein. Ich weiß nicht, ob er hier unten angreift. Das würde bedeuten, dass wir das kleine Bötchen oben, Valros 1, aufgeben müssten. Das würde dann automatisch zerstört, weil es außer Funkreichweite kommt. Und wir müssten alles schnell umprogrammieren. Und wir hätten weniger Zeit. Terminus. Na gut. Er hat sich für die andere Insel entschieden. Hier ist Terminus. Jetzt müssen wir uns beeilen. Autopilot. Das Valros Boot. Oben geben wir jetzt auf, automatisch. Grammieren. Und Manta 4. Gut. Hoffentlich wird die Insel nicht so schnell neutralisiert. Die Funkreichweite ist nicht so hoch, deswegen brauche ich die Flieger noch nicht losschicken. Vom Treibstoff her ist ja kein Problem. Oh, Flughöhe und Geschwindigkeit habe ich ganz vergessen von den Fliegern einzustellen. Also alles nochmal neu. Programmieren. Manta 3. Hier programmieren. Manta 2. Ja, wie man sieht, verliere ich jetzt Manta. Also Valros 1. Da kann ich nichts mehr machen. Okay, ist zerstört, weil ich zu weit weg bin. Schade. Wie viel Marschflug hierbei habe ich noch? 15 Stück noch. Na gut. Ja komm, jetzt schicke ich dir erst den Flieger los. Raketen. 28 Raketen habe ich jetzt. Ich muss... Jetzt den stark genug beschädigen, bevor er abhaut. Zerstören werde ich ihn wahrscheinlich mit dieser Welle noch nicht können. Bisschen Abstand lassen, weil ich zeitlicher angreife. Wenn die anderen Drohnen die Insel angreifen, werden die feindlichen Drohnen meine Drohnen angreifen. Meine Manta-Drohnen. Und die können sich nicht automatisch verteidigen. Ich könnte nicht alles auf einmal bedienen. Ich bin nicht multitaskingfähig. So, das müsste reichen von der Zeit her. Ein Mensch kann sich normalerweise nur auf eine Sache konzentrieren. Dann schicken wir ihn auch los. Oh, das Signal wird schwach. Das ist nicht gut. Na komm, egal. Raus. Die Insel wurde neutralisiert. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Da ist der Träger. Ich sehe ihn. Ganz schlechte Verbindung. Und eine feindliche Drohne versucht mich auch abzufangen. Kamikaze-Angriff. Das war jetzt eigenartig. Also, ich glaube, ein Flieger ist durch und durch geflogen. Da ist er. Ui. Jetzt werde ich wieder angegriffen. Das war knapp. Ja, ich wurde erwischt. Und Angriff. Komm schon. Treff ihn. Tja, das war wohl nix. Satz mit X. Das war wohl nix. Auch das noch. Habe sogar zwei Flieger verloren. Und wieder baut sich das hier gerade ab. Oder auf. Jetzt sieht nicht so aus. Die Insel ist sauber. Ja. Ich fände es. Und diesmal lade ich nur vier Langstreckenraketen ein. Was wäre sonst so eine große Verschwendung? Oh, stimmt. Nummer zwei. Nein. Ein, zwei. Diese Bötchen sind natürlich sehr, sehr langsam. Das ist nicht schön. Ein bisschen außen. Das dauert mir viel zu lange. Das dauert mir viel zu lange. So, in der Zeit ersetze ich mal kurz Manta 1 und 2. Also. Habe ich zwei von den Verbrauchsmaterialien eingesetzt. Also verbraucht, ja. Treibstoff fülle ich auf. Sonst fallen die gleich runter nach dem Start. Drei. Nur ein bisschen tiefer, sonst knallen die aneinander. Oh, da kommt schon mal ein Bötchen. Der Gegner fährt wahrscheinlich schon auf die andere Insel oben hin. Hot aktiviert. Und Abwurf. Und wir werden jetzt das Boot auch hier lassen. Oh, das ist ja die Rückseite. Nein, ich will nicht wieder ins Wasser. So was kann nur Menschen passieren. So, hier bleiben wir. Die Träger schicken wir jetzt. Schicken wir jetzt weg. Und zwar ausreichend, damit ich das Boot nicht verliere. Autopilot. Oh, meine Flieger. Habe ich die Raketen wieder? Gut. Was sind jetzt quasi die Ersatzdrohnen? Ähm, was war das? Ich sehe hier nichts. Eigenartig. Na gut, egal. Ich werde hier hoffentlich keinen Schaden erlitten haben. Naja, alles in Ordnung. Moment eins und zwei. Gut. Auftanken. Ist doch nicht beschädigt worden. 100%. Ja, also, die erste Drohne habe ich natürlich ganz blöd verloren. Irgendwie ist die nicht mit dem Flieger kollidiert. Äh, mit dem Träger. Und die zweite Drohne wurde genau, die wurde von einem feindlichen Flieger zerstört. Als ich schon flüchten wollte. So schnell geht's. Ich würde mal sagen... Ich würde mal eine Streubombe nehmen. Und eine Rakete. Laserwaffe. Moment, ich mach... Wenn ich hier angreife... Zuerst eine Rakete und dann... den Rest mit Laser. Er bekommt eine Streubombe, die letzte. Sonst habe ich großartig nichts Besonderes. Doch, viele Streubomben habe ich noch. Und noch... drei, beziehungsweise zwei... Ersatzdrohnen. Für den letzten Angriff. Der Treibstoff ist bald. Zwei Hälfte verbraucht. Es ist mal ein Viertel, okay. Achso, die nächste Welle muss besser werden. Ich versuche, ihn nächste Runde weiter zu umfliegen. Damit ich an seine Rückseite genau drankomme. Aber die Raketen, die sind automatisch gelenkt und es erschwert es mir präzise, die Antriebssysteme zu treffen. Also, oh, Byrus. Echtes Signal. Na gut, aber geht noch. Das mache ich mit dem Träger. Tja, Mopeli. Okay, dann haben wir wieder... ...ein Bötchen verloren. Hier müssen wir hin. Hier muss er doch sein, ja. So, jetzt schnell die Flieger vorbereiten. Und zwar fangen wir beim Manta 1 an, wie ihr gehabt. Ja, deswegen habe ich auch noch fünf Raketen eingeladen. So. Eins möchte hier hin. Zwei möchte... ...da hin. Drei möchte da hin. ...die hier möchte da hin. Weil ich das möchte. Raus, 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 raus. So, die Drohne muss es schaffen. Ich weiß nicht, ob oder wie schnell er sich jetzt repariert. Oder ob er sich sofort repariert. Der Gegner scheint viel mehr Ressourcen als ich zu haben. Auf jeden Fall ist er auch enorm schnell. Ich muss unbedingt seine Antriebssysteme zerstören. Das hat höchste Priorität. So, Manta 1 und 2 sind mit Raketen bewaffnet. Manta 3 war mit einer Laserwaffe. Und eine Rakete bewaffnet. Oh, schon mal. Warte, einschalten und auf Rakete gehen. So, und die Streubombe. Na egal. Vielleicht müssten wir die Insel sehen. Oh, ich will von hinten dran. Also, ich vermute mal, er müsste... Oh, was ist das denn hier? Die Abfangjäger kommen schon. Oh mein Gott. Hier ist er, genau... Oh, da komme ich genau von der richtigen Stelle. Ähm. Ja, ich glaube, das war's. Gewonnen. Ich habe es geschafft. Prima, hat Bock gemacht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.